Bei der nächsten Starterin passt alles wirklich zusammen. Ihre Adresse lautet am Waldsaum. Sie geht gerne in Teiche schwimmen. Ihr Hobby ist Baumkraxeln. Und heißen tut sie auch noch Vogel. Wir haben auch Sie zu Hause besucht. Nadja Vogel. Ein überschäumendes Temperament, manchmal sehr anstrengend. Da sagen wir meist sehr anstrengend. Lästig manchmal vielleicht und ich glaube, dass ich viele Ideen habe. Sehr temperamentvoll. Im Moment gibt es nur den einen Wunsch. Sängerin, Musicalstar. Und tanzen und sängen. Also ein Beruf, wo man mit dem zu tun hat. Geh auf damit, gehen wir jetzt tanzen. Ja, gute Idee. Ein eigenes Zimmer ist Ihr größter Wunsch. Und jetzt heißt der Nadja, hole die Daumen. Hoi, toi, toi. Später einmal will sie Musicalstar werden. Oh, na dann zitiere ich das Phantom der Oper. Sing für mich, mein Engel der Lieder. Sing. Nadja Vogel mit Gute Nacht. Ich denke an Flucht, doch ich weiß, das wird's nicht viel. Dann wird es draußen dunkel. Ist mir klar, was nun passiert. Ich werde in mein Haierbett pulsiert. Ich werde in mein Haierbett pulsiert. Gute Nacht. Gute Nacht. In die Federn kind, bevor es kramt. Augenflug. Gute Nacht. Flaschbama. Er war die Lichter. Hilf mir auch kein Richter. Gute Nacht. Meine, meine, meine. Ich schad' meine Taschenau vereint. Gute Nacht. Nicht bei mir, ich lese heimlich kaum, ich bin so ein Ziel. Oma, man sagt, jeder schmiedet sein eigenes Glück. Darum bring ich alle Zeiger ne Stunde zurück. So bleib bei uns zu Hause, die Zeit ganz einfach steh'n. Doch einen Wecker hab' ich übersehen. Gute Nacht, es ist abt, in die Federn klingst, bevor es kracht. Augen zu, gute Nacht. Löscht doch mal erst mal die Lichter, hilft mir auch kein Richter. Gute Nacht, nein, oh nein. Ich schalt meine Tasche laut bei euch. Gute Nacht, nicht bei mir. Ich lese heimlich kaum, ich bin so ein Ziel. Gute Nacht, nicht bei mir.